Ja da hast du wenigstens ne Menge Holz, das kannst du richtig schön verbunkern, dann hast du erstmal ne ganze Menge am Start. Ja das ganze Eichnolz brauche ich eigentlich nicht. Ich könnte es zwar benutzen als Holzkohle so. Kannst du auch einfach sparen, falls ein anderer das irgendwann mal braucht oder so, keine Ahnung. Aber ich würde es halt immer aufheben, denn Holz, wenn du es mal irgendwann brauchen solltest, dann brauchst du es immer mal bis Bäume fertig sind. Und so kannst du halt einfach, okay du hast eine Menge Holz, irgendwann brauchst du es vielleicht. Deswegen sammle ich zum Beispiel auch immer, ich brauche zwar momentan kein Holz, aber trotzdem brauche ich die ganze Zeit diese Eichenbäume ab, die vor allem in meinem Haus immer wachsen. Einfach damit ich halt schon mal einen Vorrat habe, falls ich es immer mal brauchen sollte. Deswegen habe ich hier zum Beispiel zwei Stacks komplett voll, aber ich brauche die momentan überhaupt nicht. Habe ich mal halt erstmal so ein bisschen auf. Nicht mehr lange länger. Dann werde ich heute noch hier das Ding runter bauen, dann werde ich glaube ich nächste Aufnahme, wenn ich glaube ich richtig anfangen zu farmen. Da muss ich richtig unterirdisch die ganze Zeit unterwegs sein. Dann muss ich auch mal ein bisschen an Erze rankommen, ich habe halt einfach gar keine bis jetzt. Ich habe halt nicht mal ein Eisen gefunden, das einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist Kohle. Und das war es auch schon. Wer ist jetzt Boomer? Keine Ahnung, ja. Blöde Werbung, hä? Manning, Bruder, ich glaube nur auf Twitch Werbung. Ich glaube die einzige Werbung, die du bei mir auf Kanal bekommst, ist wenn du auf Kanal draufklickst, ansonsten kommt keine Werbung. Also legit kommt einfach keine Werbung. Ich meine ich kann Werbung schalten, manuell auf Twitch, aber das bringt mir jetzt irgendwie nichts. Daher mache ich das eigentlich nie. So. Und boop. Geh mal einen Schritt nach vorne, oder? Manchmal drückst du einmal drauf, aber platziert einfach zwei Sachen, ne? Das ist super nervig. So, wir sind jetzt auch für 14. Oh, er fehlt ja nicht mehr vier. Drei Stufen, der ganze Woche. 11. Oh, Red Zone schon. Ja, da dachte ich muss da hin. So. Ah Leute, das ist echt schon Red Zone. Äh, ich habe keinen Platz. Wie lange die Aufnahme noch geht? Äh, ungefähr 15 Minuten noch. Schade. Ah, ich kriege einfach die ganze Schade an. So. Würze kann ich leider nicht abbauen. Ja, ich auch nicht. Ich brauchst du halt Eisen für, ne? Ich hab Eisen gerade dabei, ja. Ja. So. Ja, aber keine Pickaxe, über die ich das abbauen kann. Aber ich hab irgendwie Eisen gesehen hab. Ne. Also jetzt zumindest in dieser Aufnahme hier gerade nicht. Also in diesem. Jetzt platzier mal kurz den Bergbank. Ja, warte. Äh, da ist sie. So. Na komm. Mhm. Mhm. Wo kann ich die jetzt platzieren? Ich platzier die einfach mal. Wir sind jetzt auch für 12. Also eine Reihe runter geht's noch, oder? Warte mal. Der kann sich da halt stehen bleiben. Erstmal. Okay, na. So, und schon super. Da, jetzt sind wir unten. So, tiefer brauch ich nicht. Ab hier kann ich jetzt langsam anfangen alles auszuhöhlen. Und dann mir Wege zu bauen, wo ich dann Diamanten farmen werde. Boah, das steht mir so geil vor. Ich stelle mich einfach legit geil vor. Endlich kann ich farmen, Alter. Ey, ich hab halt die ganze Zeit noch nicht ein Ding abgebaut, ne? Ich mein, dass wenn ich bei dir draufgehe auf den Kanal. Ja, wie gesagt, wenn du auf meinem Kanal draufklickst, das kommt immer als erstes Werbung. Das ist auf jedem Twitch-Kanal so. Wenn du irgendwo draufklickst und ein Stream geöffnet wird, kriegst du immer Werbung. Das ist halt immer so. So, und hier baue ich dann Wasser hin. Hier kommt Wasser hin. Und der, und Sillensand kommt hier in die Mitte, oder? Nein, 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 nein. Das Ding hier ist nur zum Runterspringen. Ich werde oben noch eine Ecke aussuchen, wo ich dann noch ein extra Fahrstuhl ranbauen werde. Der wird dann hier an der Seite noch runterlaufen. Ja, du hast Wasser dabei, Ehre. Ja, da haben wir schon mal einen Shortcut jetzt von oben nach unten. Das war Arschbomben machen von oben. Und hier ist jetzt Höhe 11. Das bedeutet, ich werde das nächste Mal hier schon mal reingehen dann. Dann lasse ich das hier quasi so als Eingang. Einerseits will ich jetzt noch reingehen, so Bruder, rein da. Aber ich denke mal, wir werden das heute erstmal hier dabei belassen so ein bisschen. Und erstmal nach oben gehen. 12h geradeaus bauen, let's go, Bruder. Alter, übertreib mich. Oh Gott. Alter, rauf zu gehen, Junge. Ich habe auch nicht viel geschlafen wegen Weihnachtsfeier gestern. Auf hier rauf zu gehen, Junge. Ne, ich werde halt die ganzen Hügel hier alles abzufarmen. Na gut, du musst jetzt mal Terra-Farbing machen, ne? Und erstmal alles auf eine Ebene kriegen, ne? Naja, ich habe halt ordentlich was schon gemacht. Aber ich werde halt mir jetzt langsam ein Beet anbauen, um halt anzupflanzen. Dann habe ich halt etwas ein bisschen entfernt. Boah, dann kannst du hier auch mal runterjumpen und dann bist du unten im Wasser drin, Ehre. Ehre. So, jetzt ist aber die Frage, will ich jetzt hier noch auf der anderen Ebene noch meine Weizenfarm bauen oder will ich die woanders hinklatschen? Ich könnte oben erstmal wohnen. Wie lange geht es noch bis 30, oder? Ne, bis 15 nach, also 11 Minuten noch. Ich dachte bis 30. Ne, 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 30 will ich Minecraft spielen. Oh, 30 willst du Minecraft spielen? Ja, also 30 würde ich gerne Minecraft schon drin sein, Bruder. Hat jemand vielleicht ganz viele normale Samen? Bruder, ich kann dir gleich schon mal ein paar Samen rüber reichen, ja auch. Alter, ich kann's bloß den Hand an, ey. Ach, schon eine ganze Hand voll, ey. Äh, ne. Äh, hab nicht das, was du meinst. Hm, ja. Ein Baum kommt hier hin. Uff, Alter, ich hab dich... Oh Gott, du hast deinen Stein auch schon hier reingeschmissen, ne? Alter, ist die Kiste voll. Ja, jetzt habe ich Dutzend Steine, aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ehre. Da kannst du doch, äh, Bremse... Hat ja, äh, ne vierkigen, schönen Steine, die wir so im Markt spielen, benutzt ich für eine Festung. Nach ne Burg. Nach ne Burg, Digga. Ich bin aber überlegen, ob ich hier... Auf mein... Auf mein... Auf mein Bergbau hier einfach nur ne Burg noch drauf klatsche, Alter. Da wollte ich echt mal überlegen. Einfach noch drauf. Na, was ist jemand im Chat, Digga? Äh, Ghost Racer. Mods wären auch immer geil auf der Playstation 4. Ja, Mods wären halt richtig geil, ne? Aber du kannst halt Mods nur auf diesen Custom-Maps verwenden. Ghost Racer. Hö, kann ich auch, Mods. Ist halt Schmutz. Ne, äh, nicht Mod im Chat, sondern, äh, wir meinten gerade Mods in Minecraft. Aber es gibt halt nur Mods in Minecraft, die du, äh, nur auf einer bestimmten Map verwenden kannst. Du kannst zum Beispiel Mods in Minecraft nur auf den, äh, davor gegebenen Karten verwenden. Und nicht auf Custom-Karten. Ist halt schon geil. Ich hab Serralox schon lange nicht mehr gehört. Der ist, der ist auch abgehauen zum Essen. Da hat seine Mutti doch Haare. Das ist seine Mutti doch ausgerastet hier. Komm runter, du, komm mal Spaß, Junge. Dann ist er halt direkt losgesprintet. Weil er sonst wieder Schläge gekriegt hätte. Also muss er halt direkt los, Alter. Nihox. Nihox. Ja. Hast du Samen? Ne, hab ich nicht. Außer im Wendern bräuchte ich die selber. Äh, weil ich auch ein Feld habe. Ja. Und Ghost Racer, hast du welche? Auf PC gibt es halt, äh, so geile Mod-Packs. Da wären 550 Mods, äh, ja. Moin. Moin. Ach, Serralox, komm mal, oder? Ach, Serralox, komm mal, oder? Ja, sorry. Ich hab da grad diesen Bildschirm, wir sind Verbindung zum Server getrennt. Ich dachte mir so, als ob die jetzt schon weg sind, aber ne doch. Ne, äh, das Spiel ist gecrashed bei uns allen. Ein paar Minuten. Ne, dann hab ich dir geschickt. Die müsstest du noch haben, glaub ich. Endermitteilung. Ähm, nein hab ich nicht. Ja, das ist kein Bock, dir nur neu zu schicken. Ganz ehrlich. Äh, ich kann mich mit einer anderen Seite noch schicken. Geht das? Doch, 14 Minuten. Doch, doch, doch. Beitreten. Ja, ich komm aber nicht rein. So, haben wir hier die Wand noch ein bisschen weiter. Ey, ich hab so viel geschafft, diese Aufnahme heute, ne? Alter Schwede. Wegen hier. Ich hab nicht allzu viel geschafft. Ich mein, ich hab den Grundstein jetzt für meinen Ausguck so ein bisschen gelegt. Dann werd ich hier noch weiterbauen. Ich bin überlegen, ob ich hier oben eine Farm reinbaue. Weil ich hab halt hier noch so viel Platz in der Ecke, da kann ich das aber hier reinbauen. Sag, wie findest du den Ryzen 990.000x12 kenne? Was für den Ding soll ich umstellen, das? Ganz kurz auf friedlich, ganz kurz, ne? Bist du beschwoll? Natürlich nicht, Digga. Ja, ich fahr ich hier gleich wieder. Ja, dann viel Spaß. Ich hab einen, ich hab einen Ungekollet. Oder hast du was selbst dabei? Kannst du mir kurz sagen? Ich hab, ich hab was dabei. Also ich kann dem bisschen was abgehen, warte mal. Kann mich jemand einladen, bitte ich komm nicht rauf, ne? Ja, du schon bist, komm nicht rauf. Ach, ich kann nicht so mal, warte mal. Du mich annimmst als Freund dein Jahr. Dann kriegst du zwei Stück. Ich hab halt nur drei gehabt, ne? Also ich hab jetzt auch selber nur noch eins. Also Eston ist halt diese Staffel wirklich brutal, ne? Also ich hab halt wirklich selber nichts. Ich bin eigentlich voll klar, ich hab voll viel energiert. Ich hab nicht viel, aber auch nicht wirklich wenig. Ja, ich hab halt aber wirklich legit nichts. Ich hab halt nur ein bisschen Fleisch, weil ich kurz vor der Aufnahme eine Kuh getötet hab, die bei mir gespawnt ist. Das ist auch ein Schwein. Davon ernähre ich mich grad so gefühlt. Crack Pack 3 wäre das perfekte Mod Pack. Andere, was darfst du dir, gell? Bei mir spawnen eigentlich relativ viele Tiere und wenn, okay, ich hab auch Fische zur Not. Digga, wir spawnen halt einfach legit überhaupt nichts. Aber ich bin auch auf dem Berg, ne? Ich muss noch was dazu sagen. Ich glaub auf dem Berg spawnen halt generell nichts, ne? So wirklich? Ja, jetzt komm ich raus. Äh, bitte bin ich nicht gestorben. Die kann ich so gar nicht mehr eingebaut. Aber ein bisschen halt. Oh, kann das funktionieren, was ich vorhabe? Drei. Ich hab mich grade hoch gebaut. Ich hab jetzt die Frage, wer hat's gleich selber überhaupt noch ein bisschen zacken? Also nochmal ein bisschen. Also wenn jetzt die Aufnahmen jetzt sein, das mach ich mal eine 5 Minuten Pause und dann, dann kann man von mir aus. Oh, ich werd direkt in Fortnite reingehen, Bruder. Ich werd direkt Fortnite bei der Stream. Und dann könnt ihr auch da mitmachen, ne? Also, just say, just say. Aber ich werd dann erstmal, äh, die Party erstmal wegmachen. Ich werd halt über Spielchatten aufnehmen. Kostlos Fortnite oder PS4 eigentlich, gell? Nein, du kannst sogar ohne Playstation Plus spielen. Das kann halt jeder zocken auf Playstation. Ja, PS, äh, Playstation Plus quasi. Ja, es ist halt kostenloses Spiel, ne? Das kann halt jeder spielen. Es ist halt kostenlos Future Play. So ich muss auch von, wie findest du mein Haus? Keine Ahnung, was dein Haus ist, Bruder. Ich weiß auch nicht, wie du jetzt in Playstation. Ich hab grad nur deinen Twitch-Namen. Der Zombie ist von... Oh, ne zweite Kuh. Was passiert hier? Ich verrecke! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Noch bei dir. Ach, scheiße, ich muss jetzt erstmal wieder ein paar Kisten craften. Hier sind ganz viele Bienen. Ich bin eine Biene! Bruder, dieses Ich bin eine Biene hat ein Kollege von mir als WhatsApp-Ton, Alter. So nervig, Alter. Jedes Mal, wenn du irgendwie sitzt mit ihm, redest du immer mal, ich bin eine Biene! Ich bin eine Biene! Ich bin eine Biene! So nervig, Alter, so nervig. Leute, denkst du so, ich bin Stefan! Ich bin dein Vorder! Luke, ich bin dein Vorder! Ey, jetzt glaub ich nicht! Luke, ich bin deine Oma, Alter, das kann ich dir so sagen! Jo, was machst du an meiner Wegbank hier, da? Was willst du von mir, Digga? Hä? Hä? Hä, war hier nicht noch vorne ein Setzling? Voll... Ich tue immer so meine zwei, drei Bäume in die Fer... Was machst du hier, Alter? Ich frage mich, muss dich auf den Dack wiederkommen. Ja, wohin? Auf dem Berg, da. Aber der funktioniert noch nicht. Funktioniert noch nicht. Boing! 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 Alter, geil, Digga! Geiler Aufzug, Junge! Geht ein Block nach oben, Junge! Mega Aufzug! Alter, wie hessisch sieht das aus? Mach die Scheiße weg, Junge! Was ist das? So Knossi... Da ist Scheiße weg! Knossi ist eher so jemand, der sagt, Da hat mir jemand Scheiße geschickt! Da hat mir jemand Scheiße geschickt! Scheiße! Was ist das? Das hat Knossi, Digga! Knossi kriegt davon ein Zuschauer legit Scheiße geschickt, Alter! Ehrenmann! Ein Bild von ihm! Wenn du auf dem Fenster guckst, das... Ach, das haust du vorne, meinst du? Wenn du auf dem Fenster guckst, schießt, also Knossi mit einem Paket, wo Scheiße drin ist... Ich fand das einfach auch ehrlich gesagt lustig, Alter! Ich hab mir das so... So ewig spät auf YouTube angeguckt, Alter! Auf einmal, er steht da so... Oh, da hat mir jemand Scheiße geschickt! Du richtig Montag! Ah, ja, geil! Digga, da hat sich da mal legit jemand Scheiße geschickt! Stell dir mal vor, du sitzt einfach da... Ach, David, wie tief ist denn das hier denn? Was denn? Meinst du mal den Weg nach unten, oder wo meinst du das? Laura! Laura! Genitiv ins Wasser! Weil es da tief ist! Na... Ha... Du bist so witzig! Oh mein Gott, ich verreck! Oh mein Gott, ich bin da TNT-Bus gemacht! Ich hab zwar noch nicht mal selber einen Eisenblock gefunden, Digger, aber dankeschön! Kann mir hier mal jemand die Koordinaten sagen, wo... Äh, wo... Ja! Wo wir sind? Wo wir sind? 70, 88, 339... Das ist die Koordinaten... Wo ich grad bin! Oh mein Gott! Ich bin halt grad einfach in meinem Berg, ne? Also... In meinem Element! Ja! Das ist mein Berg, Bruder! Es funktioniert! Das funktioniert! Das ist wunderschön! Das macht das Scheißding da weg, Alter! Ich will das da nicht, ja? Hä, da kommst du auch irgendwie auf den Berg drauf! Ja, ich will aber was... Was soll ich da auf den Berg oben, Alter? Was soll ich da? Ich mein, du kannst ihn erstmal stehen lassen, aber irgendwann musst du auf jeden Fall weg! Also... Den will ich da nicht so lassen! Erstens, weil er absolut hässlich ist, Alter! Mit Cumbleston, Bruder! Ich meine, bitte! Was ist das? Ah, naja! Ey, Ko, komm her! Wie viel Essen hab ich jetzt auch gekauft? Junge, dieser Moment, wenn du einfach mit Full Inventory minen gehst, Alter! Naja, das hab ich permanent! Aber auch nur, weil ich so ein Dulli bin, Alter! Ich trau mich nicht, so was wegzuschmeißen! Weil ich immer denke, okay, das könnt ich doch vielleicht noch gebrauchen! Ja, das könnt ich auch noch vielleicht gebrauchen! Ne, machen wir jetzt hier eine Kiste hin! Machen wir jetzt hier in der Nähe vom Eingang eine Kiste hin! Aber nicht bei mir! Dann kann ich da irgendwann abhalten! Hat jemand schon das eigene Schiffswrack hier gelootet? Ja, klar! Ja, also das in diesem riesigen Gesehen, das hab ich schon gelootet, ja! Ja, wo das war! Boah, Junge, der Creeper, Alter! Hier steht einfach ein Schild! Achso, die Aufnahme ist übrigens gleich zu Ende, ne? Also, ich sag mal noch kurz ein, zwei Minütchen oder so, und dann hast du auch Ende im Gelände! Äh? Nee, Gelände! Na, dann kommt ja auch Fortnite, Digga! Da kommt ja erwachsen, da kommt ja erwachsen, da kommt ja auf den Kanal an, Bruder! Da sind noch sechs Minuten, okay, bis 15.30! Scheiße! Ich mach ja nie bis 15.30, Digga! 15.30, wie spielst du es in Fortnite dran sein, Bruder! Denn ich muss noch heute Fortnite-Stream, Digga! Einfach, weil ich's wollte! Also kannst du das irgendwie so 15.35 nicht, oder wie? Nein! Bruder, ich wollte zwei Stunden Fortnite, ich wollte noch zwei Stunden Fortnite-Stream, Digga! Und danach wollte ich noch einkaufen und noch rumdüsen im McDonalds, Bruder! Meine Zeit ist kostbar und nicht mehr viel von vorhanden, heute! Und begrenzt! Na, hier auch nochmal fix, äh... Aber ich bin mir richtig! Also, das ist leicht geworden, guckst du noch, oder? Äh, ich glaub nicht, das werde ich definitiv die Stream, Digga! Ich werde hier nicht von 15.30 bis 20 Uhr Fortnite-Stream, Bruder! Also, du guckst das manchmal nicht mehr! Also, im Stream nicht, aber privat auf jeden Fall nehm ich's mit da, ja! So, das ist eine Idee, ja! Finde tief ins Wasser, weil's da tief ist! Junge, mach noch einmal diesen dreckigen Witz, Junge, und ich boxe dich, Alter! Ich finde deine Adresse... Ich finde deine Adresse haustig, und dann boxe ich dich, Junge! Ja, okay, und zwar lautet meine Adresse... Digga, es gibt nichts Geileres! Weißt du, was das Beste an Facebook Gaming ist? Weißt du, was das Beste an diesem Facebook Gaming ist? Bruder, die Leute, die Facebook Gaming gucken, die gucken halt mit ihrem Facebook-Account, und dann kannst du halt deren Namen sehen! Das heißt, wenn ich irgendeiner im Stream dann beleidigt, kannst du einfach sagen, Jo, Jeremy Pascal, du Hurensohn, ich weiß, wo du arbeitest! Du weißt das halt einmal, Digga! Hä, was für Arbeiten, Digga, ich bin... Ey, du Zigeuner! Zigeuner, Digga! Einmal diesen Begriff hier, ich bin nicht schonmal... Hä, ich hieß übern Jahr auf, ähm, wirklich so auf Instagram... Ja, ist trotzdem kein geiler Begriff, Digga, jetzt... Also, mein Name unterstrich, der unterstrich Zigeuner... Ja, sollte man auch trotzdem stolz drauf sein, Digga! Sag mal hier... Ja, genau, jetzt muss ich das Ding nochmal... Jeste Woche Samstag wieder um, äh, 13 Uhr... Ja, jeden Samstag Aufnahme 13 Uhr, ganz genau... Ich hab eben Samstag verstanden, aber als du dann gesagt hast, das Aufnahme ist dann auch gecheckt... Bist halt nicht so schlau, ne? Du brauchst halt ein bisschen länger, um sowas zu kopieren... Oh, verdammt mal, ich hab den Boden hier noch aufgebaut, stimmt... Junge, ich will jetzt nicht aufhören, Digga, weil die Scheiße grad nicht vernünftig ist... Alter, willst du dich verarschen? Junge, ich hab jetzt... Uff, das hat weh, weil ich nicht weiß, wo ich war... Das hat weh, weil ich nicht weiß, wo ich war... Oh, das hat weh... Irre, Alter... Ja, jetzt, jetzt ist es perfekt, Digga... Oh, jetzt ist die Ecke perfekt, gut... Top, 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 top... Jetzt mal hier... Ah, ich weiß, wo ich hier ran muss... Bam, bam... Zack... Oh, vier Dias... Bisschen flexen, Digga... Bisschen flexen, Junge... Ich hab auch insgesamt vier Dias... Es ist bestimmt auch jemand, Alter, der da so sitzt... Hier, siehst du, Bruder, ice out, Alter... Alter... Was machst du? Ähm, 2P3... Alter, jetzt hat Stefan dazwischen geredet... Was ist los? Ich hab's halt mit Absicht gemacht, dass ich auch noch irgendwas aus dem Chat vorgelesen hab, Alter... Um damit auch noch rein zu hören... Also, ähm, die Aufnahme ist jetzt aber wirklich gleich zu Ende... Ich würde sagen, wir machen noch bis 20, das sind noch drei Minuten, Digga... Dann haben wir wenigstens genau 15.20 auf... Das ist ein guter Zeitpunkt, Bruder... Das ist ein guter Zeitpunkt zum Aufhören... Klingt zumindest besser, als wir sagen, wir haben 15.17 aufgehört, Digga... Ah, ah, ah... 15.20 draus, Digga... 15.20 klingt einfach besser, Digga... Klingt einfach besser... Ist genauso wie mit dem Fernseher, Digga... Wenn du den Fernseher lauter und leiser machst, Digga... Du hörst halt einfach nicht bei irgendwie 17 auf von der Lautstärke, Bruder... Du machst die 20 oder 18 voll... Lässt das Ding hier einfach nicht auf 17, Alter, das fühlt sich nicht gut an... Hä, warum sind bei mir so viele Zombie-Docs... Das Problem... Es musste immer eine ungerade Zahl sein... Bei mir waren einfach grad drei Zombie-Docs... Läuft bei dir, Bruder... Läuft bei dir... Lautstärke 69... Andermann, Digga... Ehrenlos... So was machen wir nicht... Fühlt sich nicht gut an... Lautstärke 69... Junge Andermann... Graus... Ach, raus... Ich beschwere mich gerade, dass hier ein Skelett ist... Oh, irgendwann kommt da ein Skelett mit Goldrüstung... Ja, Bonsenhaft halt, ne... Gib dir halt jetzt... So, lass mich noch mal ganz kurz das Ding dorthin packen... Und jetzt kommt noch ein Spinner... Was wollt ihr von mir? Ich war einfach nur meine Lippe... Mann... Ich wollte Liebe, Bruder... Liebe und Aufmerksamkeit... Lieb sie... Liebe sie zurück... Liebe sie zurück... Die du von denen bekommst... Willst du mir wieder erfahren, okay... Guck mal, da redet jemand aus Erfahrung... Hast du's gehört? Ich tut schon weh... Dass man richtig Eisenkorn haben... Habe... Ja... Digga, ich liebe es, wenn jemand an meiner Steinkiste... Weil halt irgendein Scheiß durcheinander haut, ne... Ich liebe es, Alter... Ich weiß, wo ich bin... Ich weiß, wo man sich... Jetzt ist mein Scheiß... Kies hier irgendwo mittendrinne gewesen, Alter... Es gibt nichts ehrenloseres als sowas, Alter... Jetzt musst du's suchen... So fünf Jahre... Ich weiß, wo meine Sachen sind... Das ist schön, dass du's weißt, Alter... Ich hab ein... Ich hab ein Herz... Wenn ich jetzt... Ein... Ein bisschen... Jetzt kommt so ein Stefan an... Und sagt, ich bockse dich... 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 Die Aufnahme ist eine Minute zu Ende... Lohnt sich, den Streit anzufahren... So ein Meter vor seinen Sachen... Ist dann jetzt verwahrt... Dicht, Alter... Na scheiße... Ich muss jetzt nächste Aufnahme... Unbedingt mich ums Essen kümmern... Also so anders unbedingt... Ich hab halt einfach nichts... Ich hab jetzt gerade... Mein letztes Essen weggegessen, Alter... Ich hab halt wirklich nichts mehr... Ich leb jetzt eigentlich nur noch vom Anpflanzen... Ja, ich werd jetzt demnächst anfangen, was anzupflanzen... Ich lebe in letzter Zeit von Fischen... Bist du auch ein Fisch, Bruder... Richtiger Lachsnacken, Alter... Mann, ich hab grad einen scheiß Twitch-Kanner, Alter... Na... Ja... So, Leute... Äh... Ja, das ist 20, Bruder... Das war's gewesen, Leute... Wir sehen uns beim nächsten Mal... Auf, Leute... Haut rein... Samstag, 5, 13 Uhr... Jedes Mal... Haut rein... Auf Wiedersehen... Tschüss...